Hallo, es ist sehr dunkel, aber wir haben hier das Spiel Windowsil, ich habe ein Problem nämlich, ich kann das zwar bewegen und benutzen und Fullscreen sieht es aber auch nur so aus, weil das ist anscheinend das Bild und mehr kann man denn nicht machen. Ich könnte jetzt doch wieder schließen, öffnen oder Reset. Man muss jetzt hier irgendwie... Gucken wir erst mal das Licht an, uh ja, guck mal. Haben wir hier die Tür. Okay, dann fahren wir, uh, wir können so zum nächsten fahren. Hier ist das Auto, da muss der, ich bin sehr gut übrigens im Rätseln. Das ist ein kleines Männchen, aber dann fahren wir in den nächsten. Uh, der guckt mich immer an. Ah, das ist eigentlich wirklich geil. Okay. Tür wieder auf und weiter. Ich weiß nicht, wie groß es ist, es sind nur 40 MB. Okay, da ist ein Loch drin, da ist auch... Eh. Klopapier. Dazu, dass man die obere Seite abnehmen kann. Vielleicht ein Stein inzwischen. Aber jetzt bin ich ja auch... Ich kriege jetzt halt auf den zweiten Monat. Punkt, da kann ich nicht klicken. Ich versuche jetzt alle Richtungen zu ziehen, das geht nicht. Ich versuche jetzt. Ich versuche jetzt, wie ich gleich lege, so... Kann ich denn irgendwie was dann vielleicht kann ich nirgendwo rauf das ist ne Matruschka geil ach du Kacke kommt da rein oh ich bin so gut Alter ich bin einfach Puzzle König ich hab gedacht die müssen erst in den unteren aber müssen sie nicht ist das geil ein Puzzle oh das ist aber hier oh Gott da sind so ganz viele oh Gott ich sehe diese ganzen kleinen Striche hier ich hoffe die sieht man jetzt nicht also alle aufmachen aber so schnell wie möglich halt ja guck mich mal alle ganz viel an hier genau jetzt verschwindet alle wieder die Tür offen haben wir hier okay oh Gott ich kann die ganzen Löcher anklicken hier kann ich jede Etage anklicken unten ach du Gott so das bestimmt oh Gott dahinter ist was oh bin ich gut oh toll ich hab hier so einen kleinen grünen Punkt von meinem Handschuhdornfadenkreuz ich hab gedacht gerade das ist oh Gott da muss ich bestimmt alle rausgucken lassen so der kommt schon mal weiter oh Gott o es � Ich muss diese Blöcke fangen? Ich weiß es nicht. Ist das nervig. Was muss ich hier machen? Das ist glaube ich die Wolke. Oben raus püstern. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe ein Video auf Pausen geklickt, wo ich zum Folgen wieder nicht weitergucken will. Was ich muss, die Wolke jetzt rauskriegen. Dann muss ich hier drüber. Wahrscheinlich nur, dass der so steht. Und dann muss der hier, werden wahrscheinlich alle Beine raus gucken. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es kommt doch alles Es kommt hier nicht mehr Ich habe keine ahnung wo der stein her kommt Oh nein der Mond beobachtet meine Der Mond beobachtet mich Aber Was ist denn das Oh der winkt Der winkt Wie geil ist das denn Das ist der Stein Ich bin so dumm Jetzt kommst du Hier komm Christoph nicht bestimmt Oh mein Gott ich bin so gut Nein Nimm ich mit Hey Kannst du mich Jetzt hier so Und Ich muss das da vorne so runterziehen Oh Gott wie ist er denn Ey Ey Du hast den Stein Ich bin in meinem Auto Wie geil Ich liebe sowas Was hast du Da ist aber kein Und nicht mal ein Loch in der Tür Ist das gleich zu Ende Wie geil Ja Ja Ist das cool Komm Du kannst doch bestimmt Hier nur komm Nimm mal das Atem Ah Geklaut Grüß auf Ja Oh ich bin König Geil So was feier ich Kann man überall raufklicken Oh Gott man kann überall raufklicken Oh mein Gott man kann überall raufklicken Das heißt der muss What the fuck Ist das gleiche Ich schieß den den Der macht da hin Der schmilzt Fließt da rein Macht den so Macht da wieder Und macht den Und dann Gibt der mir den Und dann Loil Was haben die denn so Unten hier Die sind einfach nur da Ist das geil Ist das geil Tschüss Ich mach jetzt keine Rollgeräusche mehr Ne Aber das ist egal Ich bin Der Windusilkönig Ah Das muss ja für Ewigkeit Das ist auch Uralt Ne Wenn man bedenkt Das habe ich mal Bei Game One Glaub ich gesehen Daraufhin habe ich mir das gekauft Hey Oh Ich wusste es Irgendwo Ist doch was Ich Er hat einen Stern Kommt ungefähr hin In die Richtung In die er guckt Hey Oh da Ich muss hier richtig kurbeln Ey Guck mal wo die Maus herkommt Ist das geil Ah dann sind sie richtig gut Ich weiß nicht was er macht Aber er gefällt mir Boah muss ich ihn ganz schnell dreh lassen Klinge die mich ganze Zeit jetzt nur an Das habe ich eben so gemacht Ich bin einfach auf dem zweiten Monitor Ich bin einfach nur an 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 hm da unten blinkt ach du helle ok Ja. Haha, ich kann das sehen. Blüm. ist alles so eskaliert sternbild hier oben und das war ein häuschen das ist ein Ende wie geil ist das denn oder end Okay, das ist cool. Click to visit any virus. Deil. Oh, schönes kleines Spielchen zum Rätseln. Ist das geil. Boah, sowas gefällt mir ja. Bin ich ehrlich, ne? Das ist ein kleines Tagspiel. Deswegen will ich auch nochmal unbedingt ähm äh unbedingt äh Siberia eigentlich spielen, war das so. Das ist eigentlich ganz cool. Witzig. Boah. Hallo. Geil. Ja, schön. Zu. Das war schön. Kleines Spielchen zwischendurch. Viel Spaß noch. Gibt's irgendwas, was man spielen kann? Schreib's in die Kommentare. Geil. Oh, Rebel 2 könnte ich jetzt ja spielen, ne? nein. Ich mag's nicht. Bin ich ehrlich. Könnt mal kurz... Okay, Rebel 1 und 2 gibt's als Kombination. Ja, hab ich. Sogar 1 und 2 gekauft. Ja, 41% reduziert für 1,19€. Ja, 1,16€. Rebel 1 war schon komisch, aber Rebel 2 wird bestimmt noch komischer. Wenn ich die Forscherbilder sehe, sieht's auf jeden Fall da noch mehr Shit. Ach, du Kacke. Wenn ich das schon sehe. Ja, gut. Rebel 1 war schon. riff著. Bescharsons вес excuses. Und das ist fertig, dass du Kacke gezwert gegen 10 lang sagen. Und du kassst. Du kassst oder vergo 추가 Sílisch. Die Spitzen und die EU-kassstu the hell.